Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Don Jones. Und zwar, wie ja sicherlich erstens der Überschrift über dem YouTube-Video, und zweihens hier diesen Bildschirmgrad entnehmen können, von Gothic 3. Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil die Gothic-Serie einfach nur eine geniale Serie ist und wirklich von jedem gekannt sein muss, der sich halbwegs für Rollenspiele interessiert. Ja, und das ist auch der Auftakt nur, ich werde nachher wahrscheinlich auch noch, wenn ich mit Gothic 3 durch bin, ein Risen und wenn es rauskommt, Risen 2 Let's Play machen. Ja, deswegen habe ich das hier als Auftakt gewählt. Ich hätte auch noch gerne die anderen Teile von Gothic Let's Play, allerdings sind die, jedenfalls Gothic 1 und 2, ziemlich alt und laufen auf diesem neuen Moduschen PC nicht mehr. Selbst das hier hatte ab und zu mal ein paar Probleme, ich hoffe mal, ihr seht es mir ein. Ihr seht es mir nach, manche. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Testaufnahmen gemacht, leider einmal ein Mikrofon vergessen einzuschalten, aber am anderen Mal ging das irgendwie nicht, dann hatte das alle möglichen Probleme und bla. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Das hier ist ja noch ein relativ interessanter Ladebildschirm. Hemmhin etwas. Ja, da kann ich auch gleich nochmal ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen. Also, man selbst spielt einen namenlosen Helden, der natürlich wie immer die Welt rettet. In den ersten beiden Teilen besteht sie aus dem Minenlager auf Korines, beziehungsweise nachher auch der Insel Korines. Und jetzt im dritten Teil Mötana, Nordmar und Varant. Seht ihr vielleicht auch im Hintergrund auf der Karte, ich habe jetzt hier ein Maus, das werde ich euch darauf zeigen. Im ersten Teil, wir sind ja in der Mitte, werden wir in ein Gefangenenlager reingeschmissen und dort werden wir auch dann sofort von jemandem empfangen, den ich euch nachher noch näher vorstelle, weil der hier auch vorkommt. Alle Personen, die am Anfang einen begleiten, kommen auch schon in den ersten beiden Teilen vor. Das heißt, zu denen werde ich eventuell noch was sagen, aber ich glaube, jeder, der sich das hier anguckt, wird wahrscheinlich was von Gothic wissen. Deswegen denke ich mal, dass ich das doch nicht sagen werde. Naja, gut. Und nachdem wir im zweiten Teil auf der Insel des Untoten Drachen waren, sind wir nun zum Festland zurückgekehrt. Aber hier herrscht Krieg. Na, komm schon. Das wäre jetzt der perfekte Auftakt eigentlich gewesen, damit das hier jetzt zu Ende geht, aber... Unglaublich. Trinke ich so lange eben noch einen Schluck. Na gut. Den Vorspann lasse ich jetzt einfach mal laufen, für diejenigen, die es doch noch nicht kennen. Also hier in den Zwischenszenen auf jeden Fall saugeil animiert, muss ich sagen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Aber das Spiel hat dann natürlich eine schlechtere Grafik. A Geowood Production. A Piranha Bytes Game. A Piranha Bytes Game. Äh, ja, hoffen wir zu viele Namen. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe und gucke auch zu. Ja, ich bin Polosaka! Ja, ich bin Polosaka! Ja, ich bin Polosaka! Ja, ich bin Polosaka! Ich habe ein kurzes Unterbrechung in meiner kurzen Stille. Meine kleine Schwester wollte was von mir. Manchmal können die echt nerven. Aber ihr habt nichts vom Spiel verpasst. Nur, dass König Rober halt jetzt seine Magier mit dem Erz geröstet hat. Aber das sind jetzt wir und jetzt geht's auch gleich los. So, wir sind in einem Dorf angekommen. Und was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Die Orks. So, und da geht's auch schon gleich los mit einer Schlacht. Ja, ich kenn das schon alles, aber... Naja, deswegen hab ich jetzt die Tipps erstmal ausgestellt. So, und das Kampfsystem ist übrigens so gemacht, dass man, selbst wenn man das noch nicht so gut kennt, und wirklich jetzt überhaupt nicht gut ist, dass man rein theoretisch mit nur schlagen jeden töten kann. Hauptgesehen ist man halt natürlich vom Abstechen. Was bei diesem hier aber keine Rolle spielt. Weil die je nur rot sind. Also ich drücke mich gerade die ganze Zeit nur auf links. Und ihr seht, er ist rot. Es gibt natürlich nur noch ausgeklügelte Techniken. Zum Beispiel den Stich. Oder... Oder wieso geht ihr auf Licht? Hallo, Jäger haut euch. Also es gibt sowas hier, wie den Stich. Dann gibt's natürlich noch den Weitschlag. Dann gibt's natürlich noch Blocken und Kurzschläge. Aber das, glaub ich, braucht euch nicht zu interessieren, weil ihr es ja nicht spielt, denke ich mal. Habe ich ihn vielleicht mal von V-Ausnahmen. So, der hält jetzt auch hinüber. So. Das Pfeilschusssystem ist auch ein bisschen anders als in 1 und 2. Man kann diesmal wirklich zielen und muss sich nicht, aua, aua, darauf verlassen, dass der Charakter selbst zielt. Also das war ja früher immer so, da musste man Bogen lernen. Und zwar richtig lernen. Damit man auch so mit umgehen konnte und wenigstens jeden zweiten, dritten Schuss traf. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt kann man wirklich auch schon als Bogenanfänger sofort treffen und muss nicht jahrelang darauf warten. Ich muss jetzt mal einen Potz auf. Moment. Prost. Und hau gleich zum Speer voll in den Rücken. Sehr heldenhaft, ich weiß. Ich bin auch schon Level aufgestiegen. Das geht zu Anfang relativ schnell. Und nachher, naja. Ja, ich werde übrigens wahrscheinlich auf Seiten derer stehen, die ich hier gerade alle abschlachte, reinweise. Weil ich auf Baelia noch nicht durchgespielt hätte, sondern nur bisher auf zwei Mal Endos. Und da habe ich mir gedacht, Pfeil ist mal eine nette Abwechslung zwischendurch, auch mal jetzt auf Seiten der Orks zu stehen. Wahrscheinlich werde ich dann auch Magier und nicht so einen Schwerkämpfer wie jetzt. Aber das könnt ihr, wenn ihr wollt, dass ich doch Schwerkämpfer werde, auch mitentscheiden. Aua. Seht ihr, ich bin nämlich nicht gerade... Der Beste... Aua. Was Schwertkämpf angeht. Moment, ich muss mal kurz diesen Typen abschlachten und dann schnell Potz aufn. Ihr seht mich nicht der Beste hier drin. Ich bin halt eher auf Fernkampf. Und, naja, gut, Magier hatte ich, da hatte ich keinen einzigen Baelia-Zauber. Jetzt möchte ich mal nicht mit Baelia-Zauber zukleistern. Aber natürlich auch ein paar Endos-Zauber verwenden oder Adornos. Je nachdem, welche halt so super gerade sind. Oha. Was ist denn hier los? Ausverkauf? Ich bin gar nicht bei sich. Ich bin gar nicht bei sich. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land. Und der ewige Wanderer führt es. Ich mach mal ne kurze Aufnahmepause, bin aber sofort wieder da für euch. Einen Moment.